Hallo, ich begrüße euch und Sie zu diesem kurzen Teaser. Im nächsten Schuljahr wird es einen monatlichen Podcast geben, in dem ich mit verschiedenen Gesprächspartnern interessante Menschen vorstelle. Das können Schüler sein, die etwas Tolles geleistet haben oder eine interessante Idee haben. Das können Lehrerinnen und Lehrer sein, die wir vorstellen. Das können aber auch Ereignisse sein, wie die Bundesfinals im Tennis oder Rudern. Oder eben Themen der Schulentwicklung oder Projekte mit außerschulischen Kooperationspartnern. Natürlich möchten wir auch viele junge Menschen in den sozialen Medien erreichen. Zum Beginn des nächsten Schuljahres wird es zudem ein Relaunch der Homepage geben, auf der auch der neue Imagefilm zu sehen sein wird. Damit wollen wir ein neues Zeitalter der digitalen Kommunikation einläuten. Denn heutzutage sind das die Wege, auf denen sich aktuelle und zukünftige Schüler und Eltern Informationen über die Schule suchen. Und auf diesen Kanälen möchten wir nicht nur unser Selbstverständnis transportieren, sondern auch zum Dialog aufrufen. Das heißt, Reaktionen auf Beiträge sind durchaus auch erwünscht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Technik-Taskforce, die mit viel Einsatz bei schulischen Veranstaltungen dabei ist und einen hohen Standard der technischen Unterstützung garantiert. Heute steht zum Beispiel die akademische Feier der Abiturienten an. Das Abitur ist ein Ereignis, auf das die Schüler acht in Zukunft neun Jahre hinarbeiten. Es spielen sich kleinere oder größere Dramen, aber auch großartige Leistungen in dieser Zeit ab, die wir würdigen. Alle bekommen eine Williges-Krawatte, die sie am Abiball tragen können und die sie an ihre Schule erinnert, wenn sie studieren, arbeiten und sich irgendwann bei einem ehemaligen Treffen wieder zusammenfinden. Also bleibt am Ball und verfolgt die zukünftigen Folgen des Williges-Podcast und schickt mir eure Ideen zu den Inhalten und auch zum Titel des Podcasts. Ich freue mich auf das neue Projekt und wünsche zunächst allen Schülerinnen und Schülern sowie allen Kolleginnen und Kollegen schöne Sommerferien, auf das wir uns im nächsten Schuljahr gesund und munter wiedersehen und wie man so schön sagt, stay tuned!